Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit deiner neuen Folge Spider-Man 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind jetzt hier mit Spidey, aka Peter Parker, eingesperrt worden und schauen noch mal, ob wir überhaupt mit ihm reden können, Freunde. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Wie immer natürlich danke für eure Unterstützung, für euren Support bei den ganzen Videos. Auch hier gerne eine kleine Bewertung da lassen. Hier raus, oder? Ist egal, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wären beide Wege gegangen. Ich will sie jetzt einfach mal her. Mega gemacht gerade, ey. Richtig. Richtig geile Stimmung gerade. Stopp! Du wirst den Tunnel überfluten! Richtig. 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 Nein! Ich weiß, du bist noch da drin, Peter. Ganz bestimmt. Ach, Leute, warum denn? Wie sieht's aus, MJ? Wie läuft's denn da drin? Ich hab Peter, aber... Ist das gut? Ich hab keine... Ich versuche, ihn zu wecken. Kannst du die Jäger noch etwas länger aufhalten? Ich versuch's! Knacken wir das. Also, wir machen hier ziemlich viel Lärm. Was wird die Polizei hier sein? Lerne Sprengen. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr gleich vor Publikum verlieren werdet. Geil, ey. Das ist die passende Ansage an die Feiglinge, ey. Yo, yo, yo. Hört mal auf. Yo, ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht hab, aber es sah geil aus. Mann, ey, ich blocke immer zu spät. Oder halt gar nicht. M.J., ist Pete jetzt was? Nein! Ey, ich kann nicht... Nicht! Mehr Zeit! M.J., äh, okay. Ich muss dabei sein. Sobald ich mit denen fertig bin. Ja! 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 Nächster, ja. Mann! Ja, genau, das wollte ich machen. Ja! Oh nein! Der Kran antwortet nicht! Hilfe! Ja! Oh nein! Ah! Ah! Okay, ey, was ist denn hier los, ey, wie krass ist das gerade, bitte, sag mal. Pete, wach auf, wach auf, es könnte wehtun. Was ist denn jetzt hier los, ey, was soll ich dir nicht wehtun? Oh, da hat man zum ersten Mal die Stimme gehört. Ich hoffe, bei dir läuft's besser als bei mir, Nels. Wir haben den Tunnel abgesucht. Er ist weg. Vorerst. Aber er wird bald zu mir kommen. Oh. Okay. Wieso hab ich auf einer Parkbank geschlafen? Und warum fühl ich mich, als hätt ich super geschlafen? Nur die Träume waren schon. Noch ne Nachricht von Harry. Pete. Ich brauch dringend diesen Anzug zurück. Dad arbeitet an einer neuen Heilung, aber... Ich weiß nicht. Bring ihn her. Bitte. Ob Harry den Anzug wirklich braucht? Wenn ich ihn behalte, ist die Stadt sicherer. Das ist gut für alle. Ich glaube, Spider-Man ist für alle am besten, oder? Und Norman ist schlau. Sicher findet er ein anderes Heilmittel für Harry. Ist das alles nice gemacht, oder was? Geil. Richtig, richtig geil. So, mehr Gesundheit. Fertigkeiten. Was haben wir denn noch hier? Wellenmodus hält Deutschlinge an. Ja, damit... Im Wellenmodus laden sich Fähigkeiten doppelt so schnell auf. Ja, damit... Der Symbiontenstoß bewirkt eine stärkere Reaktion und mehr Schaden. Ja, damit... Der Symbiontenhieb schleudert Brecher jetzt zurück. Ja, damit... So... Jetzt brauchen wir aber trotzdem nochmal einen neuen Anzug. Der sieht schon ein bisschen zu wild aus, ehrlich gesagt. Pfff... Ja, gut, wollen wir gerade von wild sprechen. Ja, es sieht so... Es sieht irgendwie so... Naja... Die sehen nicht so krass aus. Lass doch mal Spider-Man Blue nehmen, ey. Ah, Leute, ey. Was ist jetzt mit Miles, ey? Guck mal, wir sind jetzt... Es ist so komisch, wa? Also, irgendwie hab ich das Gefühl... Ich hab vor 10 Parts oder so... Gesagt, wir sind schon bei 35%. Jetzt sind wir bei 56% oder mehr sogar. Oder vor 15 Parts. Ich verliere selber gerade die Übersicht. Jetzt mit allem sind wir bei 56% erst. Ist doch geil, also... Weiß nicht, wie gesagt, warum man... Na gut. Lassen wir das Thema. Wieder mit den... Mit den Beschwerden... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Wisst ihr was? Nee. Nee, lass mal den nehmen. Amazing Spider-Man 2 Anzug. Lass mal den nehmen, denn. Ah ja, der ist nice Okay, ähm Ja, die ganzen Sachen sind weg Ich glaube, wir müssen da hin, oder? Wir müssen da hin Die ganzen Sachen werden gar nicht mal angezeigt Ne Ich bin hier der Held Ne, anscheinend Warte, ein bisschen komisch mit dem Sound, ehrlich gesagt Ah, jetzt ist die Musik wieder da Spider-Bot Ja, mach doch mal Eine Bugelmeldung MJs neue Artikel Was? Sie hat nicht gewartet, bis ich ihn lese? Hä, wo hat er das denn gelesen? Also, wo hat er gelesen, dass der Bericht jetzt draußen ist? Warte Arachnido Junior Der sieht lustig aus Erinnert mich an die Luchadores Die ich mir früher samstags morgens Angesehen habe 29 von 42 Haben wir jetzt Und ich sende Dank gewisser Spinnenköpfe Den Podcast gerade aus meinem Auto Weil sie es witzig fanden Den Queensboro Tunnel Bei einer Auseinandersetzung mit den Jägern einstürzen zu lassen Bestimmt lachen sie sich kaputt Über die vielen Pendler Denen sie heute das Leben schwer machen Stellen sie sich vor So durch das Leben zu gehen Ohne Rücksicht Ohne Mitleid Ohne Respekt Hey Krassel Hör auf damit Glaubst du ich würde hier stehen Wenn ich fahren könnte Steig doch aus Und regle den Verkehr Oder noch besser Grab einen neuen Tunnel Äh, wo war ich? Oh ja, das fehlende Mitgefühl In Zeiten wie diesen Müssen wir Ein besseres Leben fügen Ein Zeichen setzen Und die Welt zum Guten verändern Ich feier Ich feier Du Der macht's auch schon ganz gut Der Sprecher, find ich Das ich bei dir jemals wär Spider-Man 20er-Kombo? Kommt sofort Oder auch nicht Schon verkackt, ey Damit hab ich schon verkackt, ey Scheiße Verkackt, ey Dummes Sau Ich glaub du warst es, oder? Verkackt Sau, du, ey Verdammt, geh mal nicht alles Nicht seitlich Geh mal nach oben, ey Ich guck doch schon nach oben Die ganze Zeit Die ganze Zeit Z μας Das 어떻bar ist es? Oh ja, wir haben uns Verkackt Vincent Ah Das ist die ganze Zeit Just Hof Verkackt Hey, Kumpel, wie fühlst du dich? Ich brauche den Anzug. Pete! Pete, was weißt du noch von gestern Abend? Nur noch, dass ich müde war. Pete, du bist nicht du selbst. Der Anzug verändert dich. Durch den Anzug bin ich noch am Leben. Ja, ziemlich toll, nicht wahr? Warum wirfst du nicht ein paar Pillen ein und sagst, was du wirklich meinst? Hey, lass das! Ich reiß mir den Arsch auf, um dich zu retten. Und das ist der Dank... Ich sagte, lass das! Ich hab deine Story gesehen. Ich wollte es dir erzählen. Hast du aber nicht, oder? Ich brauche diesen Job, Pete. Dein Job ist es, die Wahrheit zu schreiben. Hab ich. Die Wahrheit ist, ich bin hier der Held, nicht du. Ich bin hier der Held. Wie war dein Besuch bei Harry? Keine Sorge. Harry geht's bald besser. Danke, dass du sein Freund bist. Ich habe euch zusammen aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin so stolz auf den Mann, der du geworden bist. Danke, Mr. Osborne. Ähm, ich muss los. Ja. Ja. Alles gut? Geh. Bitte. Harry. Ich sag dir, geh! Jede Menge Arbeit. Und wie immer muss ich wohl alles selbst machen. Hm. Oh, Leute. Peter, wo ist Miles? Er ist gestern nicht nach Hause gekommen und geht nicht an sein Handy. Hallo? Ich bin in meinem Büro. Sag ihm, er soll sofort zu mir kommen. Warum kann keiner auf sich selbst aufpassen? Immer muss ich helfen. Tja, Leute. Ey, Mann, 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 ja. Was soll ich dazu sagen, ey? Wollt kann ich in dem Foto-Modus. Geh doch mal raus aus dem Foto-Modus, Mann. Ah, die sind fast spät wischen, ey. Mann, Leute. Ja, was soll ich dazu sagen? Sag mal, wo sind denn die ganzen Nebis? Können wir das jetzt echt nicht machen gerade? Wir müssen wahrscheinlich wirklich der Story erstmal folgen, ne? Na gut. Ich möchte aber langsam mal eine Pause, ey. Einfach zu Nerven aufreiben hier gerade. Alles. Wie ich ja schon gesagt habe vor ein paar Parts. So, ich sag mal, das Grundgerüst... Kann man... Okay, alles klar. Die Quatsch werden. Ey, ich war doch noch 200 Meter entfernt. Ey, wirklich. Woher soll man das wissen? Weil manchmal bei 200 Meter macht er nichts, und manchmal unterbricht er es. Denn, naja. Nein. Genau, richtig. Stop it right now, man. Stop it. Hier kommt niemand weg. Ja, sie... Warte mal. Kann man das eigentlich nochmal abspielen? Kann man das gezielt nochmal abspielen? Ne, wa? Diese Podcastsachen und so? Das geht nicht, wa? Drei Fotos fehlen noch. Das wird nur... Nur bei... Telefonaten... Wird unterbrochen und dann weitergeführt. Aber bei einem Podcast nicht. Ja, das ist schade. Ich muss wirklich, sobald ein Podcast ist, wirklich sofort stehen bleiben, ja. Naja, gut. Weil das hätte ich schon ganz gerne gehört, weil die letzten Sachen von ihr werden auf jeden Fall interessanter, sag ich mal. Super essenziell, dass man sagt, oh, Junge, wenn ich das jetzt verpasse hätte, dann hätte ich alles verpasst, aber... Schon besser als am Anfang zumindest. Naja, gut. Vorne, hier ist aber trotzdem erstmal Schluss. Wir machen... Warum denn ne... Hä? Warum ne Spider sind die ganze Zeit? Habt ihr das gesehen? Warum war denn hier der Spider sind gerade? Ah! Ah! Warum? Hä? Hä? Warum war denn der Spider sind jetzt da? Ah! Hä? Musik ist weg? Irgendwie... Irgendwie... Irgendwie hab ich auch den Eindruck, es läuft nicht 100% rund, so... Jetzt ist die Musik komplett weg? Ist das sonst doch nicht so... Egal, äh... Ich hör jetzt sowieso auf. Äh... Wir hören uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, gerne unterstützen und schreibt doch mal rein... Spinnensinn! Ja, Spinnensinn! Wenn wir das schon mal haben. So, danke fürs Zusehen. Wie gesagt, haut rein und tschüss! Meist. Ich habe einen Schatz.